Hey, ihr Genießer. Jetzt kommt das Intro. Ja, und heute kommen wir zu einem neuen Empfehlungs-Kauf, wie ihr hier schön im Hintergrund seht. Ja, der Artikel heißt 15.000 Kilo Bar Frostfutter, Hundefutter aus Rindfleisch und Rinderherz, ohne Pansen. Ja, Artikelzustand wird nichts dazu gesagt. Restzeit, also bis das Artikel abgelaufen ist, nur zwei Tage. Der Artikel kostet 1 Euro. Also, es gibt schon ein Gebot, der hat wahrscheinlich so 3 Milliarden geboten, bietet er deswegen 10 Milliarden, das empfehle ich euch immer. 100% positive Bewertung, so wie eben. Ja, ähm, der Artikel kostet 1 Euro, aber der Versand kostet 12 Euro. Hä? Ja, der Artikelstandort ist in Tranhausen. Versand, nur noch Deutschland. Hier. Lieferung, wenn man diesen Artikel kauft, kommt er zwischen Dienstag, 8. Oktober und Mittwoch, 9. Oktober. Bei Zahlungseingang am Tag des... Paypal. Ja. Ihr könnt mit Paypal bezahlen, Lastschrift, Kreditkarte, Bezahlung bei Abholung und Überweisung. Rücknahm, keine Rücknahme. Ich hier, ähm, der Verkäufer ist für dieses Angebot nicht verantwortlich. Produktart, Nassfutter, also das ist alles nass. Haupt, Haupt, Hauptzutat, Hauptzutat, Kurt. Ja, ähm, wenn ihr den kauft, wie wird das in einem Silikonkarton, ähm, zu euch geschickt? Ja, ähm, der Verkäufer heißt Martin Rändle, ja, und hier steht halt, wo er wohnt. Ja, ähm, und das war's auch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die auch nochmal beende. Ich guck mal. Tschüss. Ja. Ja. Ja.